Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst. Heute mal mit einer ganz kurzen Sendung zum Thema Propaganda. Die zehn goldenen Regeln der Propaganda gab es schon in der Zeit des Ersten Weltkrieges, kamen zur Anwendung in der Form gegen das Deutsche Reich damals durch die Alliierten, durch die sogenannte Entente, speziell auch durch die USA, die schon immer ein großer Vorreiter in diesem Bereich waren. Gehen wir das Ganze mal kurz durch, bezogen auf den Ukraine-Konflikt. Also Regel Nummer 1. Wir wollen den Krieg nicht. Versteht ihr? Wir breiten uns zwar seit 30 Jahren nach Osten aus. Und wir bewaffnen jeden dort im Osten, der bei 5 nicht auf den Bäumen ist. Aber das tun wir natürlich nicht, weil wir vorhaben, Krieg zu führen. Wir machen es nur so, weil die Völker es dort wollen. Aber die wollen nur die Waffen. Krieg führen wollen sie auch nicht. In Wahrheit haben sie Angst. Und überhaupt, also ihr versteht, was ich meine. Dann, das Gegnerische Lager ist der alleinige Verantwortliche für den Krieg. Obwohl wir uns 30 Jahre nach Osten ausbreiten und wir immer wieder gewarnt wurden, dass wir irgendwelche roten Linien nicht überschreiten sollen, sind wir natürlich völlig unschuldig. Wir waschen unsere Hände in Unschuld. Der Aggressor ist ganz allein der böse Russe. Wir haben auf keinen Fall dazu beigetragen, irgendwelche Spannungen zu schüren. Sein Angriff kam aus heiterem Himmel, völlig unvorbereitet, völlig grundlos, jenseits von Gut und Böse. Ihr wisst ja, wie das ist. Wir sind die Guten, aber irgendwie sind wir auch die ewigen Opfer. Versteht ihr, wir werden immer angegriffen. Im Irak und in Libyen und in Syrien und im Jemen und weiß der Geier, überall auf der Welt. Wir wurden immer nur angegriffen. Wir sind in Wahrheit eine Friedensmacht. Aber die anderen, diese bösen anderen, die wollen einfach nicht verstehen, wie friedlich wir sind. Wir geben zwar irgendwie zehnmal so viel Geld für Waffen aus wie der Rest der Menschheit, aber das tun wir natürlich auf keinen Fall. um diese Waffen jemals einzusetzen. Nein, nein. Aber trotzdem wollen die anderen einfach nicht verstehen und greifen uns immer wieder völlig grundlos an. Dann, wir verteidigen eine gute Sache und haben keine eigenen Interessen. Versteht ihr? Wir waren nicht im Irak für Öl. Und den Iran belagern wir nicht seit 30 Jahren für Öl. Und wir waren auch nicht in Afghanistan, um die Entstehung der Neuen Seidenstraße zu verhindern. Nein, 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 nein. Wir wollen nur das Gute bringen. Versteht ihr? Wir sind die Guten. Wir wollen alle Transmenschen dieser Welt befreien. Wir wollen der Menschheit den intergalaktischen Frieden bringen. Wenn wir erst mal uns auf der ganzen Welt ausgebreitet haben durch Friedenspolitik, dann wird alles wunderbar sein. Ja, und dann Regel Nummer 5. Der Feind begeht ständig irgendwelche Goldtaten. Versteht ihr? Das macht er einfach so. Versteht ihr? Die Vorstellung, dass dem Feind auch mal Fehler passieren. Und dass es zu irgendwelchen Kollateralschäden kommt. Nein, nein, nein. Das ist Quatsch. Kollateralschäden passieren nur uns. Und wenn wir zufällig dabei erwischt werden und wir es nicht vertuschen können, dann sind das natürlich alles bedauerliche Einzelfälle, die man auf gar keinen Fall verallgemeinern kann. Und dann Regel Nummer 6. Der Feind benutzt illegale Waffen. Versteht ihr? Wir haben zwar als einzige jemals Atombomben auf Zivilisten geworfen. Und wir haben Napalm abgeworfen, noch nöcher. Und teilweise benutzen wir auch heute noch Napalm. Aber zum Beispiel der böse Russe, der setzt irgendwelche thermobarischen Bomben ein. Das ist nicht verboten. Er hat nie jemals eine Konvention unterschrieben. Steht sogar bei Wikipedia zu lesen, dass er von bösen Zungen bezichtigt wird, eine transatlantische Plattform zu sein. Aber nein, 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 nein. Trotzdem ist der Einsatz thermobarischer Waffen ein Einsatz von illegalen, von unfairen Waffen. Versteht ihr? Unsere Panzer, die sind reine Konfetti-Kanonen. Die verschießen Konfetti der Freiheit. Die Panzer des Gegners sind Panzer des Bösen. Ja, so ungefähr ist das. Und dann erleiden wir natürlich fast keine Verluste. Versteht ihr? Wir marschieren im Irak ein und bombardieren 90.000 irakische Soldaten weg und verlieren dabei zwölf Mann. Manche also, die meisten davon nicht durch Feindkontakte, sondern weil sie sich in der Wüste verlaufen haben. So nach dem Motto. Demgegenüber sind natürlich die Verluste des Feindes riesig, gigantisch. Versteht ihr? Große Verluste. Größere Verluste. Noch größere Verluste. Die allergrößten Verluste. Millionen Russen sind schon gefallen in der Ukraine. Ja, ja. Ja, dann unterstützen natürlich Künstler und Intellektuelle unsere Sache. Sie treten auch ständig irgendwie in den Medien auf, wenn wir Krieg führen. Und erzählen uns, wie gerecht und gut unsere Sache ist. Künstler, die unsere Sache nicht unterstützen, gibt es nicht. Oder zumindest sind sie nicht im Fernsehen zu sehen. Vielleicht gibt es sie ja irgendwo, irgendwo im Reich des Bösen. Ja, dann hat unser Anliegen natürlich etwas Heiliges. Versteht ihr? Die Menschenrechte und die wertebasierte Ordnung. Speziell das Recht auf Privateigentum. Die liberalisierten Märkte und so weiter. Das ist ein gottgegebenes Recht. Das gilt überall auf der Welt. Versteht ihr? Das fällt natürlich nicht unter Ideologie oder politische Werbung. Nein, 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 nein. Das ist, wie gesagt, heilig. Und dann, Regel Nummer 10, ist natürlich jeder, der unsere Propaganda in Frage stellt, ein Verräter. Selbst irgendwelche Deutschrussen, die mit dem Krieg gegen Russland oder den Waffenlieferungen nicht einverstanden sind. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Deutschrussen, die natürlich Sympathie mit ihrem Heimatland haben. Nein, nein, nein. Das sind alles Verräter, alles Spione, alles Volksfeinde. Die muss man canceln. Die muss man mundtot machen. Wenn sie irgendwo auftauchen, muss man sie beschimpfen. Das geht ja gar nicht. Und jetzt müsst ihr Folgendes bedenken. Wenn ihr mit den 10 Regeln und allem, was ich euch gesagt habe, minutiös bis ins hinterletzte Detail konform geht, dann seid ihr wahre Demokraten und echte Werteritter. Wenn ihr auch nur im Kleinsten abweicht von dem, was ich sage, dann, dann seid ihr Unmenschen, dann seid ihr Batscho, Butschi, Butscher. Und witzigerweise wurden diese 10 Propagandaregeln so schon im Ersten Weltkrieg umgesetzt und genauso im Zweiten. Und heute sind sie immer noch da. Ah, Regel Nummer 3 habe ich, glaube ich, übersprungen. Der Führer des Gegners und Lagers ist ein Wahnsinniger. Versteht ihr? Jetzt ist Putin, obwohl er gewählt wurde und eigentlich ein relativ gechillter, ruhiger Typ ist, ein völliger Psychopath, der irgendwelche wahnsinnigen Pläne hat, der sich schon irgendwelchen Verrückten beraten lässt, der irgendwelche kleinen Kinder verspeist. Ja, was soll man dazu sagen? Es ist furchtbar und kann auch schlimmer werden. Das war meine Sendung, die 10 goldenen Propagandaregeln. Habt einen guten Tag, macht euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Euer Rainer Ernst. Gut. Vielen Dank.